Will, wie sieht's aus? Gehst du mit mir zu einer Galerieeröffnung heute Abend? Ehrlich gesagt ist das eigentlich so ganz und gar nicht mein Ding. Aber finde ich sehr gerne. Ich gehe nur kurz mal nach Hause und ziehe mir einen Protein-Shake rein. Nö, was? Protein-Shakes sind echte Lebensretter, Bruder. Ach, hör doch auf, ganz schön herrnloser Hummer sein, um jedem Modetrend hinterherzulaufen, der einem eingetrichtert wird. Ach, ich liebe Protein-Shakes. Ich bin das leichtgläubigste Krebs hier in sämtlichen Weltmeeren. Geh, 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 gib mir meinen dämlichen Protein-Shake. Ich meine...